Herzlich Willkommen hier bei Mirkett. Wir sind ja hier stehen geblieben bei Inside mit dem Schwein. Der hat jetzt den Schwanz rausgezogen und jetzt machen wir was ganz koscheres und hoch. Ihr seht cool oder? So, jetzt heißt es, dass mir das versuchen müssen, langt das eigentlich auch so, ne, die Hinkerkraft. Genau, so. Ach, das ist ja etwas schwierig da zu machen. So, jetzt haben wir die Beide. Ja, das ist etwas schwierig da zu machen, hier. So, und? So, jetzt sind die da kaputt. Und jetzt gehen wir runter. Die brauchen wir nicht. So, mit Gedanken können die das da machen. So, jetzt geht's weiter. Mit, äh, Dingen, genau. Äh, ja. Da müssen wir hier ja da durch. Also, die Sachen 3-4 Stunden, also, das braucht schon viel länger wie so viel. So. Jetzt sind wir hier. Ja, jetzt ist wenigstens kein Regen mehr hier. Und. Äh, war da nicht noch was? Drei Kugeln haben wir ja jetzt. Muss ich gerade mal gucken. So, jetzt schauen wir mal weiter. Und die werden alle mitgenommen, hier. Oh, mein Kaffee wird kalt. Nein, nein, nein. So, da ist ja die Kette hier. Da müssen wir hoch. Habe ich da falsch hoch geklärt. Hey, ja, ja. Überklärt das falsch hoch. So, und? Upsala, achso, jetzt gehen wir. Upsala, achso, jetzt gehen wir. Lauf mal ins Mama. Uuuuh. Hehehehehe. So. Ja, das ist nicht so leicht. So. Mein PC ist voll. Nein, 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 nein. So, drüber fliegen und hoch machen. Prüfen. Auf der Baustelle hier. Ja, ja, gut. Da klitten wir halt hoch. Ist doch nicht so schlimm. Ja, das sieht alles ganz so einfach aus, aber... Ha, ha, so kann man es auch machen, genau. Das ist mal so auch nicht so in das Sinn kommen, aber... So. So. Das reinschickt jeder Partie hier. So. Und da haben wir schon das nächste. Jetzt sind wir wieder hier angelangt. Genau, so. Äh... Ich muss gerade mal... gucken. Oh, nee... Oh, nee... jetzt kommen die Leute runter jetzt muss man Türen zu machen ja muss man alles rausfinden hier also so leicht war das jetzt nicht das war nebendran muss man die gucken dass man da so die müssen ja auf die Platte gehen dass wir da runter gehen können dass die Tür öffnet so jetzt sind wir schon mal hier also ihr seht wir haben schon einen kleinen Fortschritt gemacht hier also ist wirklich schon cool ich geh mal hoch so jetzt sind wir hier das soll dann auch noch so ein Sammelobjekt liegen jetzt probieren wir mal den aufzuheben aber ich weiß nicht wie man drankommt ihr seht da man kann ja gar nichts machen hier da liegt irgendwie was ja gut das können ja Scheiben sein aber man kann nichts machen nichts aufheben gar nichts wie soll man da Sammelobjekte finden also ich weiß es nicht das muss ich noch rausfinden oh scheiße das war falsche Taste mischt 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 ja das muss man probieren halt ja das muss man probieren halt so jetzt haben wir es so jump and run game so ja ähm da soll ja ein Tonband liegen ja ein Tonband ist gut nur man kann es nicht aufnehmen also ihr seht es ich sehe es auch aber man kann ja nur hin und her laufen weil das muss man sich anhören aber das ist es aber man kann es nicht anhören von daher machen wir jetzt da weiter um was es jetzt da geht sobald ich es rausgefunden habe dann zeige ich es euch aber wir gehen jetzt hier weiter so jetzt muss man echt da hoch so man muss hoch und hoch gehen genau gehen wir da hoch so klittert über den Zaun hui und jetzt ihr seht jetzt jetzt sind wir hier gut ich muss mal aufs Dach ach du Scheiße also so weit war ich jetzt noch nicht gut okay da bleiben wir mal stehen und ja da hoffen wir doch dass wir beim nächsten Mal weiterkommen und wie gesagt das Tonband das finde ich noch raus wie das funktioniert aber jetzt noch mal zum Zeigen wie das jetzt alles gelaufen ist und was war okay dann bis zum nächsten Mal und ciao so